Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal IT-Service Wagner und heute haben wir einen tragbaren Gaming Monitor von YouPerfect bei uns. Sie haben ihn in netter Weise zur Verfügung gestellt und wir schauen uns dieses Teil jetzt heute mal genau an und ob es sich auch lohnt sich einen tragbaren Gaming Monitor zu kaufen. Vergisst auf jeden Fall nicht meinen Kanal zu abonnieren, dem Video ein Like zu geben und schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare was ihr allgemein von tragbaren Gaming Monitoren haltet. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Dieses Video wurde mir von YouPerfect ermöglicht, deshalb lohnt es sich umso mehr bei der Webseite vorbeizuschauen. Dort gibt es neben den tragbaren Gaming Monitor noch viele andere coole Sachen. Link findet ihr in der Beschreibung. Zum Lieferumfang gehört natürlich der Gaming Monitor selbst, ein zugehöriges Netzteil um den Monitor mit Strom betreiben zu können. Zusätzlich noch ein HDMI Kabel und zwei USB-C Kabel damit man die Verbindung zu den Geräten herstellen kann und das Ganze wird in einer schwarzen Magnetmappe geliefert. Und so sieht der Monitor dann auch im Betrieb aus. Auf die bereits erwähnte Magnetmatte bzw. magnetische Hülle legt man den Monitor dann ganz entspannt erstmal drauf und kann dann mit Hilfe der Aussparung auch die Position verändern. Der Monitor hat einen AUX Anschluss sowie einen HDMI Anschluss und zwei USB-C Anschlüsse und neben den Menüknöpfen noch einen Micro USB-OTG Anschluss. Zudem hat der Monitor auf beiden Seiten Lautsprecher damit ihr auch Ton habt wenn ihr unterwegs am Gamen seid oder wenn ihr einfach nur Musik hören möchtet. Der Monitor kommt mit einer Auflösung von 2560x1600 also 1600p und hat eine Bildwiederholungsrate von 59,997 Hertz. Und für all die die unterwegs zocken möchten oder arbeiten möchten ist dieser tragbare Monitor einfach perfekt denn ihr könnt ihn als zusätzlichen Monitor beim Laptop verwenden oder ihr könnt eure Spielekonsolen anschließen sowie Tablet und Smartphones. Aber auch die Installation per Wandhalterung oder Standfuß ist möglich. Das war's auch schon ich hoffe ihr hattet Spaß und wie gesagt vergisst nicht meinen Kanal zu abonnieren dann verpasst ihr auch nichts mehr und gebt dem Video ein Like und schreibt mir die Kommentare was ihr darüber denkt.